Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten Aufstellpools 2021 vorstellen werde. Los geht's! Auf dem vierten Platz haben wir den Aufstellpool Bestway 56985 Steel Pro TM rund gewählt. Der 56985 Steel Above Ground Pool von Bestway bietet den Vorteil einer schnellen und einfachen Installation. Dadurch sparen Sie Zeit und können hier eine hervorragende Erfrischung in Ihrem Garten genießen. Dieses Modell hat eine Stahlstruktur mit Schutz gegen alle Formen von Korrosionen. Aus diesem Grund ist es sehr stabil, deshalb benötigt es auch kein Werkzeug. Außerdem hat dieser Pool ein integriertes Ablassventil. Dadurch lässt er sich einfach und schnell entleeren und entleeren. Um diesen Gartenpool in farbenfrohem Safari Design optimal nutzen zu können, wird er mit Zubehör geliefert. Dazu gehören eine Bestway Steel Kinderbecken und ein selbstklebendes Reparaturpflaster. Außerdem ist dieser Pool aus PVC und Polyestergewebe gefertigt, das mit drei starken Schichten verstärkt und mit einer Anti-UV-Behandlung versehen ist. All dies macht ihn extrem widerstandsfähig gegen Schwimmaktivitäten und Wetterbedingungen. Darüber hinaus wird seine Metallstruktur, die korrosionsbeständig ist, es Ihnen ermöglichen, es für eine lange Zeit zu benutzen. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über technische Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir im Internet für Sie gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos, dort haben Sie alle klickbaren Links zur Verfügung. Auf dem dritten Platz haben wir den Above Ground Pool Bestway 56403 Steel Pro gewählt. Hier haben wir ein High-End Aufstellpool aus einem soliden Tritec Material, das aus drei Schichten besteht. Davon sind zwei aus laminierten PVC, in das ein mit Polyester durchsetztes Kunststoffnetz integriert ist. Dies verleiht diesem Pool eine große Widerstandsfähigkeit und überlebende Haltbarkeit. Darüber hinaus ist es in der Lage UV-Strahlen und Chlor zu widerstehen. Mit anderen Worten, er kann extrem Bedingungen standhalten. Somit ist es der perfekte Pool, um im Sommer eine schöne Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen. Darüber hinaus sind seine Abmessungen sehr gut für kleine Kinder geeignet. Sie können eine Menge Spaß haben und alle Freunde des Wassers entdenken. Außerdem ist es ein Gartenteich, der gut in Ihr Autohaus passen wird. Zum anderen verfügt dieser Aufstellpool über einen Anschluss für einen Gartenschlauch, so können Sie ihn leichter entleeren. Auf Platz 2 haben wir das Bestway Frame SP Pool Kit gewählt. Der Bestway Frame Aufstellpool ist robust, ästhetisch und dezent zugleich. So verfügt er sich perfekt in die Außengestaltung ein und findet seinen Platz in Ihrem Garten. Außerdem ist dieser Pool einfach zu installieren und in Rekordzeit wieder abzubauen. Sehr praktisch, um im Sommer schöne Bademomente zu verbringen. Er hat eine Wasserkapazität von 4.678 Litern. Eine Stahlstruktur mit versteckten PVC-Wänden. All dies verläuft ihm eine sehr gute Widerstandsfähigkeit. Außerdem verleiht ihm seine dreilackige Auskleidung eine gewisse Robustheit. Außerdem wurde dieser Teich einer UV-Behandlung unterzogen, sodass seine Farbe nicht abfärben kann und er lange Zeit hält. Der Frame SP hat eine Größe von 3,5 Metern mal 0,76 Metern und ist somit bestens für den Einsatz im Familien- oder Freundeskreis geeignet. Er wird mit einem Gummistruber von 1.249 Litern pro Stunde und einer Wartungs-CD geliefert. So können Sie ihn bequem und optimal nutzen. Und ich erinnere Sie daran, dass die besten Rabatte, die wir im Internet für Sie gefunden haben, in der Videobeschreibung zu finden sind. Auf dem ersten Platz haben wir den Intex Metallrahmen zerlegbarer Pool ohne Luftreiniger gewählt. Wir haben hier einen Intex Aufstellpool, der keinen Wasseraufbereiter hat. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Kinder oder Freunde in eine große Wasserfläche schwimmen können. Dieser Pool ist aus Metall gefertigt, was ihm seine ganze Solidität und Sicherheit verleiht. Darüber hinaus wird seine Robustheit durch eine einfache, dreifach dicke Auskleidung verstärkt. Genug, um sich ohne Angst in den Badespaß zu stürzen. Da es sich um ein komplett zerlegbares Modell handelt, können Sie Ihren Pool herausnehmen und in Ihrem Garten aufstellen, wann immer Sie ihn brauchen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Ihr Pool vor Witterungseinflüssen geschützt ist, wenn Sie ihn in Ihrer Garage oder auch an anderen Sorten im Haus aufbewahren. Darüber hinaus ist dieses Gerät eine gut durchdachte und gut verarbeitete Praktabilität. In der Tat kann es in nur 30 Minuten installiert werden. Der andere wichtige Aspekt, der hier zu beachten ist, ist, dass die Struktur dieses Pools aus PVC hergestellt ist. So bietet er Ihnen eine gewisse Stabilität und eine gute Lebensdauer. Mit anderen Worten, Sie werden ihn viele Jahre lang nutzen können. Ich lade Sie nun ein zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf alle Links zu klicken, um die vollständigen Eigenschaften und die besten Preise, die wir im Internet für Sie gefunden haben, herauszufinden. Wenn Ihnen dieses Video geholfen haben sollt, Ihre Wahl zu treffen, geben Sie dem Video gerne einen Daumen nach oben und vergessen Sie nicht, den Top-Tech-Kanal zu abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. In diesem Sinne sage ich Ihnen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.